Und Hollywood ruft dann noch, als alles schon gegeben. Vielleicht zum Abschluss noch kurz, wie verbringst du jetzt noch die letzten Wochen praktisch, bevor es dann wirklich losgeht? Bleibt dann noch ein bisschen Zeit zum Entspannen oder ist es jetzt schon so, dass man jetzt wirklich noch Vollgas gibt bis zum Start? Ja, man gibt natürlich Vollgas. Das ist jetzt wirklich eine wichtige Zeit. Die unmittelbare Saisonsvorbereitung spitzt sich immer mehr zu und es werden auch die ganzen Trainings-Einheiten intensiver, werden wettkampfspezifischer. Die heißt einfach fokussiert zum Nützen und genau darum, weil es so intensiv wird, wird es aber genauso wichtig, dass man Zeit findet zum Wiederussernähen und Energietanken. Man kann nämlich nicht immer permanent auf 100% laufen, das funktioniert nicht. Aber ich denke, dass ich da jetzt auch genug Erfahrung mitbringe, dass ich das Wechselspiel im Griff habe und hoffe, dass ich da meinen Weg weiterhin gut gehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.